hallo hier ist der martin von meine bank ist dass die wachsanalyse für montag den dritten vierten 2023 eigentlich nicht viel sprechen nicht viel durchkauen unser dax ist stark kannst du sagen was du willst das ist so wir haben gestern durch gesprochen bzw für den freiheit für die analyse zum freitag war nicht gestern sondern für die analyse zum freitag durchgesprochen über 500 und so weiter hätte erstmal weiter noch anschließt chancen haben uns das auch schon angeguckt hier haben die kästchen gezogen haben wir gesagt also perspektivisch hier oben wäre noch mal denkbar da oben ran und dann fährt umdrehen das hat er zum freitag noch gar nicht geschafft also doch er ist zum freitag bis ran beziehungsweise fehlt glaube ich noch ein millimeter 58 hoch war 59 guck mal auf auf dem punkt fast genau unseren zielbereich angelaufen das ist jetzt hier einem bereich gewesen und gesagt haben von hier kann der dax theoretisch noch mal eine zweite solche welle nach unten ziehen also man könnte jetzt quasi sagen wartet mal das jetzt hier noch mal nach unten weg ballern wäre jetzt ein charttechnisch vom ablauf her nicht ungewöhnlich sogar üblich möchte ich aber gar nicht zu viel hoffnung auf der short seite machen wir sprechen gleich noch darüber wie man das ein bisschen für sich werten kann ja und dann könnte unser dax hier noch mal drunter stoßen unter die 14 400 also das wäre das potenzial dann hätten wir so eine klassische abc bewegung so wird es herkömmlich genannt flat pattern range doppelt top also es gibt die verschiedensten möglichkeiten ein derartiges muster zu beschreiben weil man es eben häufig sieht ja gibt es alle möglichen leute die über ihre beobachtung über ihre markterwartung wenn sowas mal beobachtet und dokumentiert haben und das gleicht sich dann auch wenn es der ein oder andere immer mal anders nennt aber das was die leute an der börse sehen ist halt immer wieder das gleiche so das heißt wir haben hier grundsätzlich jetzt risiko auf eine abwärtsbewegung nehmen wenn der markt sowas aber anläuft dann läuft er das richtig an das erkennt ihr das erkennt ihr richtig dass der jetzt nicht bloß vor hat hier 50 60 punkte nach unten zu rammeln sondern da verändert sich ganz 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 deutlich das bewegungsverhalten was wir hier die letzten tage im anstieg gesehen haben dass ihr werdet das sehen ihr werdet das ganz deutlich sehen wenn der markt das annimmt ja wenn der markt diese bewegung dieses potenzial annimmt dann fängt er an zu reißen dann wird der nervös dann wird er unruhig dann drückt er unten dann 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 zeigt er sich unnachgiebig fast schon stur und drückt sich einfach nach unten durch fängt an das kann mit aufwärtsgep anfangen das wäre gar nicht schlimm wenn ihr ein bisschen überschießt das wäre nicht schlimm aufwärtsgep und er macht das aufwärtsgep direkt zu wäre schon mal so ein erstes vorsichtig werden ja heute und dann auch noch unter 600 unter 620 ab wäre das für mich ein erster indiz hey der montag geht ein bisschen anders um als freitag donnerstag mit verdienst am montag na von der vorwahrer sehen wir dann auch dass der markt insbesondere nachdem der xetra handel richtig in fahrt gekommen ist also so 10 uhr 10.30 uhr in dem dreh sehen wir da neue tagestiefs wäre das für mich schon ein drittes indiz so dass ich sagen würde okay könnte man gegebenenfalls vielleicht auch mal long erstmal kurz rausnehmen und probieren so wird es machen ja weil ich sag mal der abstand ist hier relativ klein nimmt der markt das kässchen nicht an beruhigt sich nach so einem stressigen morgen dann vielleicht relativ schnell wieder und drückt sich wieder bis hoch zu kann ich mir immer noch einen long zurück kaufen ja und wir können es uns nicht leisten an der börse am markt unflexibel zu sein oder gar stur zu sein das können wir uns nicht leisten der markt kann das der darf das und er macht das auch der der hat einfach den längeren hebel der kriegt das hin aber wir dürfen es uns nicht erlauben stur zu sein das kostet uns irgendwann mal richtig viel geld deswegen sollte man von vornherein jeden tag flexibel versuchen auf das zu reagieren was man sieht und für mich wäre eben jetzt hier zum beispiel so klassisches aufwärts gap komplett abverkaufen gap close und dann nach 39 nach 10 uhr nach 11 uhr 10 uhr 30 neue tagestiefs wäre für mich dann schon ein indiz dass der tief gehen kann wie tief kann er dann gehen ein erstes ziel erstes bewegungsziel liegt im bereich um ich sag mal 35 bis 500 er aber dann tatsächlich hier erstes geht bei 30 65 und das zweite geht bei 15.000 was haben wir hier schluss auf 15.130 15.130 15.365 und 15.530 bis 500 das wären so drei zielstationen die er in dem rücklauf jetzt als ersten teil als erste basiswelle einer solchen bewegung wie im roten kätzchen hier dargestellt machen kann ja bitte macht nicht wieder den fehler den viele immer machen wenn wir jetzt hier vier minuten fünf minuten jetzt über abwärtschecken gesprochen haben dass der markt deswegen fallen muss das ist das mal das ist nicht meine intention diese analyse sondern ich versuche euch vorzubereiten auf muster die typischerweise ein treffen können und gebe euch mit auf den weg was dafür aber erforderlich ist damit das auch tatsächlich so eintritt seht ihr das nicht seht ihr nicht dieses aufwärts gelb abverkaufen seht ihr nicht ein unterbieten von 15.600 seht ihr keine neuen tagestiefs nach 10 uhr nach 11 uhr dann habt ihr auf der short seite voraussichtlich nicht gute chancen und dann darf man hier auch trotz erhöhter lage noch definitiv long handeln na klar ja was hält unseren dax denn davon auf einfach auf 57 weiter zu steigen was hält ihn auf auf 49 weiter zu steigen 16 18 16 1 und dann hier oben schon fast wieder eine nächste mögliche zielzone im bereich um 16 1 ich sag mal 50 bis 16 200 ja das ist für den kein problem einfach weiter zu steigen und hier jetzt noch durch zu ziehen und deswegen darf man da immer wieder noch long probieren auch diejenigen die das schlecht hinkriegen es gibt ja viele von euch die sitzen in einem anstieg die ganze zeit davor und trauen sich nicht zu handeln und handeln nicht fangt irgendwann einfach mal anders zu probieren einfach mal vielleicht auch auf einem papier auf dem weißen papier einfach mal so ein paper trade zu machen sich aufzuschreiben okay ich würde jetzt long gehen ich würde mein stop loss hier hinlegen und dann versucht die geduld auszuklammern weil longs laufen immer viel 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 langsamer an dauern auch länger das ist der grund warum sie die leute nicht mögen sie gehen dann aus ungeduld raus nehmen irgendwie zehn punkte gewinn mit oder vielleicht brechen im minus ab und dann hinten raus werden sie trotzdem 50 100 200 500 punkte noch mitgekommen mit ihrem trade das muss man einfach üben das muss man trainieren und man muss irgendwann damit anfangen es gibt viele die tun sich unheimlich schwer auf der long seite zu traden ja es gehört aber immer mit dazu ja das heißt sehe ich alles das nicht was wir als kriterien beschrieben haben um abwärts zu gehen dann läuft unser dachs weiter in die 7 50 49 und bis 16 200 hoch weiter so lange bis er anfängt sein bewegungsverhalten wieder zu ändern und auch wenn wir jetzt bloß eine minute 30 über die aufwärts strecken und riesigen gesprochen haben heißt das nicht dass die weniger wahrscheinlichkeit haben wie die abwärts strecken auch wenn viele sich denken werden auch geil ja das trade ich an das sieht gut aus mensch bis 14 400 rum das klingt richtig gut wo kann ich short gehen martin wo kann ich so ist die reaktion im allgemeinen das ist aber nicht unbedingt richtig sondern richtig wäre jetzt tatsächlich zu gucken wie kommt der montag rein bedient er denn irgendwas von dem was wir gesagt haben was wichtig für short ist wenn ja kann ich probieren wenn aber nicht muss ich lang handeln ja das ist ganz 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 wichtig und das muss verstanden und verinnerst werden auch wenn ich weiß kann mir den mundfussel schreden die meisten wollen und können es wahrscheinlich auch nicht verstehen also nicht die meisten aber es gibt immer wieder welche die das sehr demonstrativ vorführen wollen dass ihnen das scheißegal dass sie verlieren halt lieber geld gerne und ganz viel und davon jeden monat was für mich auch okay die muss es dazu geben aber dann lasst mich bitte außen vor und halten wir das nicht nur unter die nase dann das ärgert mich sonst ja wenn ich mich hier abends die mühe mache mich hinsetze um versuchen zu helfen und dann wird es einfach ignoriert und sich hinterher vielleicht noch aufgeregt dass dann irgendwo die dicken verluste drinsteht ja gut wir lassen das dabei hier ich denke klar können wir es nicht sagen aufwärts gäbe wäre keine abbruchbedingung für die abwärtsroute es wäre okay selbst wenn es ein bisschen höher ist das dürfte auch 27 57 wir haben nicht mal schlimm aber müsste es relativ schnell zu haben und dann auch halten in der trunde halten dann muss man unter die 600 unter 6 30 oder 600 muss irgendwie wieder drunter bedingungen als neue tagestiefs nachdem sich das schon ein bisschen ausgelaufen ist die erste ja das sind das sind die kriterien dann ist immer noch nicht garantiert dass er nach unten durch läuft nicht falsch verstehen aber dann hätten wir zumindest erst mal ein signal ein erstes verkaufssignal ja ich sag meinen leuten immer gerne nimmt nicht unbedingt gleich das erste wartet vielleicht auch das zweite ab wenn er dann hier unten raus gelaufen ist er macht den rücklauf kann man auch noch mal auf so eine route einsteigen man muss nicht immer im top drin das ist oft sehr teuer das zu versuchen weil es sehr sehr oft nicht klappt manchmal wirklich hilfreich erst mal die erste bewegung an laufen zu lassen rücklauf abzuwarten und einzusteigen okay ich denke ihr habt verstanden worauf ich hinaus will risiko ist aber da ich mir müssen darüber reden ich muss es euch zeigen insbesondere auch weil die wellen perfekt aufeinander passen hier es ist sehr schön ausgefahren zeitlich kurs technisch es wäre stimmig wenn er uns jetzt abschmiert aber es ist eben kein muss und und läuft er oben raus dann muss ich long handeln also ich auch ich kann es mir dann auch nicht aussuchen kann da nicht da sitzen und sagen ja vielleicht kommt die zweite abwärtswelle von 800 noch wenn sie von 800 kommt nennen dann greifen wir sich später auf aber in dem moment muss ich hier erst mal jetzt sagen gut ich handle dann eben bis 57 800 noch den lang wenn hier keine schwäche reinkommt verstanden gut dann mache ich hierzu wünsche euch viel erfolg gutes kriegen hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss